Hey Leute, ich bin Paul Hauberland, fahrs für das 6.7 Racing Team und freue mich riesig auf ADAC-SX-Torten. Hi, ich bin der Philipp Klarkow, ich bin der allerälteste Fahrer in der SX-2-Klasse dieses Jahr. Supercross Dortmund ist ein ganz anderer Vibe noch mal als die anderen Rennen. Das ist irgendwie was Besonderes. Einfach die Fans. Die Fans sind einfach unbeschreiblich, die Stimmung ist unbeschreiblich und ist einfach das Highlight vom Jahr. Die Strecke und die Atmosphäre ist ganz anders. Das ist geil. Ich freue mich auf euch in Dortmund zu sehen. Ich freue mich auf Supercross in Dortmund im Januar und ich hoffe, wir sehen uns da. Ich freue mich auf dich. 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 Ich freue mich auf dich.